Du warst beim Derby mit dabei, Stimmung aber schon unglaublich, gell? Ja, Stimmung war ja sensationell, Rapide war klar die beste Mannschaft meiner Meinung nach in dem Derby und ja, es wird schon wieder aufwärts gehen. Kann sich der Veli Kavlak vorstellen, dass er das Ende seiner Karriere in Wien irgendwie ausklingen lässt? Ja, auf jeden Fall will ich, also nicht in Wien, sondern bei Rapid will ich das ausklingen lassen und ich will nochmal zurückkommen. Da hat alles angefangen, ich habe Rapid viel zu verdanken, ihr seid mit Rapid alles angefangen, das ist mir bewusst und ja, ich werde auf jeden Fall zurückkehren.